Willkommen im Beratungsbüro von Christopher Gebrei. Bei uns gibt es keine Verkaufsgespräche, sondern wir beraten Sie individuell und gehen auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ein. Durch unsere Zusammenarbeit mit über 100 Versicherungsgesellschaften und 200 Banken können wir Ihnen alle Arten von Versicherungen, umfangreiche Möglichkeiten der Baufinanzierung sowie Kapitalanlagen aller in Deutschland zugelassener Fonds bieten. Wir verschaffen uns zuerst einen Überblick über Ihre aktuelle Lage und Ihre bestehenden Verträge. Als kostenlosen Service scannen wir Ihre Unterlagen und brennen sie auf eine CD. Bei Ihrem erneuten Besuch erhalten Sie Ihre Originalunterlagen übersichtlich sortiert in Ihrem Ordner zurück. Zusätzlich erhalten Sie die CD, auf der alle Ihre Unterlagen in digitaler Form enthalten sind. Erst danach besprechen wir die Notwendigkeit, einige Produkte zu optimieren. Dabei erhalten Sie je Vertrag einen Marktvergleich in Listenform. So sehen Sie, wie Ihre bisherigen Produkte im Markt stehen. Lehnen Sie sich zurück. Wir arbeiten für Sie. Wir möchten langfristig mit Ihnen zusammenarbeiten. Wir vertreten Sie gegenüber allen Banken und Versicherungen. Damit Sie Ihre Ruhe haben. Ihr Beratungsbüro Christopher Gebrei, Säbener Straße 26 in München. dwarfen und herz olur Sie sich nach Johann geringerlei ganzen 1 B herzige 2 B aus Bern